Hallo und herzlich willkommen zu The Newfoundland F3. Hier ist Steven Smith, Dynasty Warriors 7 und das ist jetzt hier Part 12, meine ich. Und wir sollen jetzt zu diesen netten Katapulten gehen und ein bisschen rumdödeln damit. So, ja ich weiß, es ist ein Katapult. Jetzt die Katapulten um Belagerungstürme zu zerstören, alles klar. Ja ne, ich... Hallo, ich möchte da jetzt rein. Das geht nicht, muss ich euch da wohl... Hallo. Oh, heute ist doch geklappt. So. Da ist schon mal eins kaputt. Das andere war auch gleich hinterher. Setzen die Investiker wohl da und dann Blattlack nicht. Die damit nicht Blattlacken? Okay, jetzt... Hallo, ich hänge. Ja, weil der... Was ist... Also ehrlich, man. Wieso hast du Liebe, ey. Okay, jetzt noch das westliche Katapult. Ich betätigen die zwei Belagerungstürme. Platt machen und dann... Kann ich hoffentlich mich wieder ins Getümmel schmeißen. So, Ketsu mitten drin. So, eine ist schon kaputt. Lassen wir... Tolle Belagerungstürme. Die bewegt sich gar nicht komplett. Alle Belagerungstürme wollen zerstört. Yay. Shu-Yu ist bereit. Wir müssen für Wu-Chao und die Skate zur Sicherheit machen. Äh, Ost-Tor. Auf erst... Hallo, Pferd. Ei, hi, wie geht's? So. Nee, falsch, auch nicht du. So, da geht's weiter. Und wir reiten, ja, geschwind. Durch die Nacht und durch den Wind. Mit dem himmlischen Kind. Ja, wer den Erlkönig kennt, ja. Naja, ich kann's ja checken. Wo muss ich den jetzt lang? Hier längs oder da längs? So, das ist egal. Er rennt da lang. Dann geh ich da auch lang. Wenn er meint. Ein Überfallkommando, wo rennt? Achso. Rechts wär jetzt das Überfallkommando gewesen. Und links... Äh, ja. Ist halt so nix. Und doch, da ist... Hab ich mal nichts gesagt? Au, au! Mann! So. Ja, der Shiyu kriegt ja auch Hilfe von mir. Ach, hör doch auf zu blocken. Das machen nur Pussis. Ach, ich bin nicht diese... Dumm! Drogenschutzpasse. So, jetzt sind wir nicht. Okay, von mir aus können wir weiter. Auf jeden Fall mal hier den Topf nochmal mit. Ein paar Leben sind immer gut. So, und jetzt sollen wir dich von hier oben da gleich rumäumeln, oder wie? Na, ob das wohl funktioniert? Wups! Und jetzt soll ich einfach von hier von hier da rein, oder wie? Ach, laber mich, ich wollte in die... Erstmal ein bisschen Eis wieder. Irgendwie mag ich das, ey. Das ist perfekt. Ey! Äh! Nein! Bewegt deinen Arsch! Au! Die feuert ja zurück mit Eis! Mann! So! Das ist noch einer. So, das ist auch gleich true. La la la. Da 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 da. Mag ja mal zu bezweifeln, dass es das damals schon gab, oder was? Ja, egal. Oh, da ist noch einer. Ja. Ja, aufzuglockt? Ja, aber alles, ja. Mann! Ist doch... Ey! Ist gut, ja? Ja, der ist hier noch wer, oder? Ja, doch. Ja, ja. Ein bisschen Eis. Ah, wer ist auch K.O. Alles einsammeln. Können wir da jetzt rein? Äh. Oh, wie viele sind denn hier? Bum! 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 Äh, ist das Tor jetzt auf? Ne, war noch nicht. Hallo! Ach doch! Er ist auf. So, jetzt müssen wir hier diesen... ...Chin, ching, 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 was auch immer wer das ist... ...flatt machen, und dann geht das so. Oh, das war irgendwie einfach. Ah, das ist noch einer. Blablabla, blablabla Ich muss mich doch in Ruhe Mann So Ein paar Kugeln durchjagen hier Ist doch hingefallen Hi Sack Der schmule Mann ist tot Oder auch nicht Oh Do you want to be turned to ash too Or Will you be a beacon that lights up this land Very well I shall burn with righteous fervor for you Na prima Ich will aber den nicht spielen Das hat nichts damit zu tun Dass ich was gegen Schwule habe Oder so Es liegt einfach daran Dass ich den nicht mag Den muss ich jetzt lang Okay So Gut Jetzt sollen wir hier wirklich alle platt machen Oh das sollten wir aber mal schaffen Hi Komm Gute Nacht Komm hör auf mich abzuballern ey Hier rennt mir doch nicht hinterher Du da mit deinen Klingen Mach doch mal was Oh Mann Oh Mann Wenigens jetzt wär ich als so'n kleiner Typie weggerannt Ich will nicht, dass da alle meine Leute da erschossen wären Was soll ich denn das jetzt für'n Scheiß Guan Yu ist ein Verräter oder was Ich will doch nicht, der ist lausend jetzt So Ach ne, Yubei hat sich zurückgeführt Weil er irgendwie Nicht gegen Guan Yu kämpfen möchte Und das ist ja auch alles ganz doll Und bla 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 Und bla 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 So So Und den nächsten bitte Ey, aufhats Mein Gott, ihr seid aber echt... Da wär nix drauf, wa? Nö, das ist doch... So, denn die will ich jetzt... Ich glaub, ich komm nicht rein, wahrscheinlich. Dass man das hier fährt. Ich werd da die anderen hier schmetzeln, die da unten noch angezeigt werden. Und dann können wir mit Sicherheit da auch erstmal... Hallo, ich häng schon wieder. Ach, das ist doch ätzend. Also sowas... Hallo, ist doch jetzt genug. Sowas ist echt doof, dass man überall gegenhängt und dann... So. Wo haben wir denn hier noch wen? So. Hallo, Kumpel. Tschüss, Kumpel. So, die nächsten. Ich werd mich hier mit dem Kleinen gar nicht mehr beschäftigen müssen. Ach, das ist der Ding ja gar nicht. Da ist ja nichts drauf, wa? Moin. Hä, was war lustig jetzt? Wir werden was getroffen. Ja, hat er. Tschüss. So. Ey, was? Was wird so von mir? So, und jetzt können wir die angreifen, ja? Tue zu Yuan Shaos Hauptlager sind offen. Na also. Besiegen sie Yuan Shao. Gerne. Wohl Yuan Shao muss ja auch, ey, sagen wir, fand ich in den früheren Teilen auch irgendwie cooler. Jetzt sieht der auch so ein bisschen schwuchtelig alt aus. Ähm, oh, ich will dich haben. Ein Hühnchen. Chicken. Lecker. So bei Tekken 3 immer. Chicken. Das war noch cool damals. Beste Tekken überhaupt. Egal, ich will nicht über Tekken reden. So. Ach, labern wir die. Voll. Glocken schon wieder, ey. Das ist eine Frechheit. Wups. Ich will erst mal Ideen platt machen, dann bin ich. So, was kommt hier? Ah. Gut. So, und Yuan Shao ist auch platt. Das war's. Gewonnen. Und da fällt er auf, der Alte. Du. Du. Du, Fiend. Show some respect to your betters. Do you forget the nobility of my station? Your insolence will not be forgotten. The Yuan have been set on the road to ruin. Yuan Shao has passed away. The Central Planes are now under our control. Many years have passed since Guangdu. It took longer than I had hoped. But Father, the war is not over yet. Of course not. Our dominion must be recognized by all. Another relic of the past has died. The new age of my father is at hand. But, one day his time too will pass. Father, the future that you seek. Your dreams. Are they the same as my own? Due to the efforts of Cao Pi, heir to the Cao throne, and many others, Yuan Shao was eliminated. With Hebei and the Central Planes under his control, Cao Cao had amassed the largest force in the land. Next, he turned his steely gaze toward the south. There, the major figures included Liu Biao in Jing, Liu Zhang in Yi, and Sun Quan in Jiang Dong. Cao Cao decided to attack Jing as his first target. Liu Biao was killed during the initial attack, and his successor Liu Zhang agreed to surrender to Cao Cao. However, Cao Cao did not let down his guard, and continued to advance his army to Jing. The people of Jing trembled in fear before him. Without a doubt, Liu Bei would feel pity for the people, and throw himself into the fray. Learning of Liu Bei's whereabouts, Guan Yu left Cao Cao and went to rejoin his sworn brother. Together with the peasants, Guan Yu fled from Cao Cao's advance, and made his way toward Jiang Ling. This time, Cao Cao was determined to put an end to the meddling Liu Bei, and finally realize his ambition. To that end, he would go to any lengths necessary. Cao Cao ordered Zhang Liao to give pursuit. For it was now that the hero of chaos was about to transform into something decidedly less heroic. Oh yeah, Zhang Liao, die Schlacht von Changban. Geil, wieder ein cooler Charakter. Finde ich super. Liu Bei muss be killed. Cut down any who impede you. My lord, Liu Bei's army features many who are not soldiers, but mere peasants. They have chosen to side with him of their own free will. Therefore, they are our enemy. Soldier or peasant, it matters not. Do not forget, you are my blade. I choose who you cut, and whose blood will stay. Okay, all right. All right. Yes, it is time for me to take to the battlefield. Oh yeah. Ähm, ähm, halt, ich bin noch eigentlich mit dem Part fertig. Äh, okay. Also ich beende jetzt hier diesen Part, nachdem ich ihn getötet habe, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Dynasty Warrior Team. Also gibt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, das war's. Macht's gut. Bis dann. Ciao.